Der Versammlungsbereich 10 umfasst den Stadtteil Eldersdorf. Hier wohnen derzeit insgesamt ca. 3475 Bürgerinnen und Bürger. Zur Einstimmung auf die heutige Bürgerversammlung geben wir Ihnen einen kurzen Überblick über einige Entwicklungen der letzten Jahre sowie Projekte, die derzeit realisiert oder in nächster Zeit in Angriff genommen werden. Nach dem Abriss des alten Kindergartengebäudes und einer vorübergehenden Unterbringung in einer Containeranlage konnte im Herbst 2009 das neu erbaute Kinderhaus Störchennest in der Anergoesstraße 13 eröffnet werden. In dem neuen Kinderhaus sind zwei Kindergartengruppen, eine Hort sowie eine Krippengruppe untergebracht. Insgesamt können nun gleichzeitig bis zu 92 Kinder betreut werden. Das Gebäude ist als Niedrigenergiehaus konzipiert und wird mittels einer Sohle-Wasserwärmepumpe beheizt. Als Baukonstruktion wurde ein Holzrahmenbau gewählt, welcher komplett ausgedämmt und außenseitig mit farbigen Faser-Zementplatten verkleidet ist. Die Baukosten für das Gebäude einschließlich Freianlagen, Container und Abbruch des Bestandsgebäudes belaufen sich auf 2,15 Millionen Euro ohne Einrichtungskosten. Korrespondierend wurden Zuschüsse aus Finanzausgleichsmitteln unter Krippenförderung in Höhe von ca. 580.000 Euro gewährt. Im Jahr 2008 wurde der Freiwilligen Feuerwehr von einem Ältersdorfer Ehepaar eine Fertiggarage mit einem Wert von 10.000 Euro als Spende zur Verfügung gestellt. Darin befindet sich seither ein Mehrzweckfahrzeug. Es dient als Mannschaftstransportfahrzeug vor allem der Jugendfeuerwehr und kommt mit speziellen Geräten wie Motorsäge, Pumpen usw. bei Umwetterlagen zum Einsatz. Seit Anfang 2012 steht ein neueres Löschgruppenfahrzeug zur Verfügung. Der Anschaffungswert des Fahrzeugs betrug 280.000 Euro und wurde durch den Freistaat Bayern mit 53.000 Euro bezuschusst. Vom städtischen Tiefbauamt wurden 2011 für den Bereich Straßenunterhalt an der Vörterstraße Südseite die Schutzplanke und das Gelände erneuert. In der Anerkösstraße sind Unterhaltsmaßnahmen an der Bushaltestelle durchgeführt worden. Am Brunnenweg, dem landwirtschaftlichen Verbindungsweg zwischen Ältersdorf und Hüttendorf, wurde die Oberfläche saniert. Für diese Baumaßnahmen sind insgesamt Kosten in Höhe von ca. 30.000 Euro entstanden. In diesem Jahr wurden im Rahmen eines Fahrbanddecken-Erneuerungsprogramms im Abschnitt der Eldersdorfer Straße von der Tucherstraße bis Hausnummer 66a sowie in der Tucherstraße von der Eldersdorfer bis zur Pömmerstraße neue Straßendecken im Gesamtwert von ca. 40.000 Euro aufgebracht. Ebenfalls 2012 wurde am Hutgraben der Uferbewuchs freigeschnitten sowie in der Baufereinstraße die Straßeneinfassung und die Entwässerung instand gesetzt. Hierfür wurden Haushaltsmittel in Höhe von ca. 12.000 Euro bereitgestellt. Für 2013 und 2014 ist vorgesehen, im Rahmen des laufenden Unterhalts Risse in verschiedenen Straßen zu vergießen, um den Erhalt weiterhin gewährleisten zu können. Für das Feuerwehr- und Wohnhaus in der Egidienstraße 32 sind für allgemeine Bauunterhaltsmaßnahmen und Innensanierung der Wohnung seit der letzten Bürgerversammlung ca. 54.000 Euro ausgegeben worden. Für das ehemalige Rathaus in der Eldersdorfer Straße 32 sind für allgemeine Bauunterhaltsmaßnahmen sowie 2008 für die Instandsetzung der Außenanlagen und 2011 der Außenfassaden insgesamt 41.500 Euro zur Verfügung gestellt worden. Für den Friedhof Eltersdorf konnten für die Erneuerung der Fenster, die Instandsetzung der Außentreppe, für Dacharbeiten und im allgemeinen Bauunterhalt ca. 34.000 Euro bereitgestellt werden. An der Schule in Eltersdorf sind seit der letzten Bürgerversammlung für die Erneuerung des Zauns und Installationsarbeiten für den PC-Raum sowie den allgemeinen Bauunterhaltsmaßnahmen insgesamt Kosten in Höhe von ca. 133.000 Euro entstanden. Für die geplante Sanierung der WC-Anlagen wird mit ca. 200.000 Euro gerechnet. Was in vielen Universitätsstätten bereits seit Jahren angeboten wird, gibt es seit Sommer letzten Jahres auch in Erlangen. Wohnen für Hilfe Hier werden sogenannte Wohnpartnerschaften zwischen Familien, Alleinstehenden oder Menschen mit Behinderung und einem Studierenden geschlossen. Anstatt für den zur Verfügung gestellten Wohnraum Miete zu zahlen, erhält der Vermieter Hilfeleistungen im Alltag. Diese können von den Vertragspartnern individuell vereinbart werden. In Frage kommen Mithilfe im Haushalt, Gartenpflege, Einkaufen und vieles mehr. Als Faustregel wird vorgeschlagen, pro Quadratmeter Wohnraum leistet der Partner eine Stunde Hilfe im Monat. Natürlich können Anzahl der Stunden und Art der Hilfeleistungen individuell verhandelt und vereinbart werden. Lediglich Pflegeleistungen jeglicher Art sind ausgeschlossen. Für Fragen steht Ihnen die Abteilung Wohnungswesen gerne zur Verfügung. E-Government ist ein Thema, das in allen öffentlichen Verwaltungen laufend an Bedeutung gewinnt. Unter dem Begriff E-Government oder Electronic Government ist die Nutzung elektronischer Medien zur Abwicklung von Behördengängen zu verstehen. Die Stadt Erlangen ist dabei unter Städten vergleichbarer Größenordnung sehr gut positioniert und arbeitet seit über zehn Jahren daran, umfassende elektronische Dienstleistungen sowie ein umfangreiches Angebot zu den unterschiedlichsten Themenbereichen im Internet anzubieten. Über die Portalsuche können Sie gezielt nach den gewünschten Angeboten suchen. Eine alphabetische Auflistung der Dienstleistungen finden Sie unter Rathaus Dienstleistungen. Wir freuen uns auf Ihre konstruktiven Rückmeldungen, um unser Angebot weiter zu verbessern. Auf jeder Internetseite können Sie dazu Kontakt zur Stadt Erlangen aufnehmen. Am Beispiel der Kfz-Wunschkennzeichenreservierung möchten wir Ihnen die Vorteile des Internetangebots aufzeigen. Für jede Dienstleistung werden im Internet umfangreiche Informationen über Verfahren, Kosten, rechtliche Aspekte und anderes mehr angeboten. Für die Bürgerinnen und Bürger ist das Rathaus rund um die Uhr geöffnet und von jedem Internetanschluss aus weltweit erreichbar. Dadurch werden Wege und Wartezeiten vermieden. Im Rathaus entfällt in vielen Fällen die Dateneingabe. Durch die elektronische Übermittlung der Daten werden Arbeitsabläufe optimiert. Dadurch können interne Prozesse beschleunigt und das Verwaltungshandeln einfacher gestaltet werden. Die Qualität des Serviceangebots der Verwaltung für die Bürger und der Wirtschaft steigt. Das Ratsinformationssystem der Stadt Erlangen erlaubt es den Bürgern, sich im Internet über die Arbeit des Stadtrats und seiner Ausschüsse schnell und direkt zu informieren. Zu speziellen Fragestellungen sind gezielte Recherchen auch in älteren öffentlichen Sitzungsunterlagen möglich. Damit wird das Vorgehen von Politik und Verwaltung übersichtlich und transparent dargestellt. Der Bereich Social Media, vor allem mit den Diensten Facebook, Twitter und YouTube, gewinnt auch bei den Kommunen immer mehr an Bedeutung. Viele Ämter der Stadt Erlangen nutzen bereits auch diese Plattformen, um über ihr Angebot und ihre Dienstleistungen zu informieren. Im neu eingerichteten Newsroom finden Sie alle aktuellen Neuigkeiten rund um Erlangen im Überblick. Meldungen aus dem Rathaus, der Universität, der Erlanger Presse und des Studios Franken beim Bayerischen Rundfunk werden automatisiert eingespeist und veröffentlicht. Der Trend der Nutzung von Informationen aus dem Internet geht sehr stark in Richtung mobile Endgeräte, wie zum Beispiel Smartphones und Tablet-PCs. Die Informationen dafür werden in speziellen Programmen, den sogenannten Applications oder kurz Apps, aufbereitet. Die Stadt Erlangen hat für iPhone und Android-Systeme eine Erlangen-App realisiert, mit der man zum Beispiel mit seinen Erlangen-App, mit seinem Smartphone einen individuellen Abfallkalender abrufen kann, mit dem man die aktuellen Belegungszahlen der Erlanger Parkhäuser erhält, seine Parkgebühren mit dem Handy bezahlen kann und mit der man auch Schadensmeldungen mit Foto- und GPS-Informationen an die Stadtverwaltung senden kann. Im Oktober 2012 wurde die App der Stadt Erlangen mit dem Public Brain Award für die beste Städte-App in Bayern ausgezeichnet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir hoffen Ihnen damit, einen kleinen Einblick in die Arbeit des E-Government-Centers der Stadt Erlangen gegeben zu haben. Neben den gezeigten Beispielen gibt es viele weitere Angebote, die ständig erweitert werden. Diese Informationen finden Sie unter www.erlangen.de Machen auch Sie mit. Online geht's besser. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.